BUM! BUM! Ja! Das war's komplett, Digga! Das war's komplett! Hey Leute! Ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Broadstars Video auf meinem Kanal, Freunde! Es kommt heute ein richtig heftiges Special Video, an dem ich ziemlich lange gearbeitet habe, denn wir haben heute ein 1 gegen 1 gegen richtig viele YouTuber in diesem Video. Es wird auf jeden Fall richtig heftig, denn wir haben auch richtig heftige Special Guests in diesem Video mit dabei. Lasst also schon mal ein Like und kostenlos Abo da. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten 1 gegen 1. Let's go! So Freunde, der erste YouTuber im heutigen Video ist der Onkel Mo. Moin Moin! Hallo Lukas, grüße dich! Genau Freunde, ihr wisst ja, ich habe mit Onkel Mo zusammen die 60.000 Pokale in Broadstars gepusht und deswegen dachte ich, ey, ich muss den unbedingt auch mal in dieses Video reinholen. So Mo, du darfst dir auf jeden Fall den Brawler aussuchen, den wir beide spielen auf dieser Map. Ich habe Bock auf Piper. Oh, okay. Ich habe Bock auf Piper. Ich habe Bock auf Piper. So mit diesem zweiten Gadget? Äh, lass das erste nehmen. Also nicht dieses Auto-Aim-Gadget. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Let's go! Ja. Die Map ist ja nicht komplett leer, also es ist ein bisschen anders als sonst, ne? Auf lila Paradies. Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Ich sehe auch, du hast schon so einen Mastery-Titel. Sehr krass. Ja, der muss. Mr. Pisa. Ja. Ah, ja. Ah, ja, okay. Das war eigentlich nicht so schlau von mir. Ach, Mann, ey. Ich wollte unbedingt den blauen Stern. Okay. Okay, okay. Ist die Ult schon am Start. Oh mein Gott, ey. Ja, ich bin voll am Trial. Ja, ich merke das, ey. Oh, oh. Ja! Oh, okay. Hm. Ja, Leute, Lukas ist gut geworden. Sehr gut geworden. Ja, das ist aber noch ein Stern mehr. Ja. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, schade. Es hat nicht geklappt, aber... Ja, die Sache ist, du bist noch ein Stern vorne. Nein! Ah, schade, schade. Oh mein Gott. 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 Okay, okay, okay. Okay. Mein Gott, okay, noch 10 Sekunden. Oh. Ah, Digger. Okay, WCF. Okay, ich wollte jetzt auch nicht so defensiv am Ende spielen, aber Mo, du hast auf jeden Fall nochmal gewonnen. Sehr, sehr knapp. Boah, ich hätte einfach zurücklaufen sollen. Ich hätte einfach zurücklaufen sollen. Ich habe glaube ich schon vorbei. Ja. Wenn ich hinter dir herlaufe, ich kriege den nicht mehr. Ja, safe. Ich wollte auf jeden Fall auch nicht zurücklaufen, aber ey, GG war schon mal ein richtig spannendes erstes 1v1. Sehr, sehr nice. Genau. Weiter geht's. So, Freunde, wir haben als nächstes Jonas am Start. Du hast ja auch zwei YouTube-Kanäle, ne? Einmal den Brawler-Kanal, einmal den Clash Royale-Kanal. Stimmt, also bin ich wie zwei YouTuber. Genau, also du kannst mal kurz deine Abo-Zahlen raushauen, das machen wir bei jedem YouTuber quasi im Video. 330 und 440 etwa. Okay, dann wisst ihr Bescheid, Freunde, und welcher Brawler soll es sein? Du darfst das heute auswählen. Oha. Für beide, ne? Piper. Cold. Cold ist cool. Cold. Okay, also jetzt Cold, ja? Alles klar. So, Jonas. Aktuell gibt's ja nicht die lila Paradies, das heißt, es ist diese Map hier. Echt? Die gibt's nicht? Ne. Und wir spielen hier gegen Po-Lecker einfach mal. Chillig. Ja, wo ist der denn hergekommen, ne, der Name? Ja, ja, das frage ich mich auch. Genau, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das hier im nächsten 1 gegen 1 weitergeht. Den Booster hab ich aber easy bekommen hier, ne? Muss man schon mal sagen. Das stimmt. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil, natürlich. Oh je, oh je. Ey, 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 ey. Das Ding ist, ich hab vor allem Vorteil, dass ich nicht aimen kann, oder je. Wie war das? Ja. Oh ja, let's go. Der erste Kill. Ich bin echt nicht gut mit Cold, fällt mir grad ein, weil vielleicht doch nicht die beste Idee, den zu nehmen, aber wie. Ja, warum hast du den genommen? Hm, ich finde die Cold Battles witzig. Schau mal, das ist immer so viel Geschieße. Ja, das stimmt. Da geht's immer ab, eigentlich, ne? Ja, ja. Oh, oh. Ja, ist auch ein Skill-Brawler halt, ne? Nee, der ist no skill. Deswegen hab ich einen extra genommen. Ja. Ja, aber Cold kann ich eigentlich echt nicht. Äh, okay. Ja, Gadget aktivieren, schlaue Idee. Digga, das ist doch nicht. Ich treff halt über. Oh, ich hab in die Wand geschossen. Oh, nice, nice. Das ist ja bodenlos schlecht, was ich gerade mache. Ich bin jetzt schon dreimal, aber ich hab ja gar keine Chance mehr jetzt. Also, das heißt gegen eins, weil ich ja absolut jetzt hier. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Das wär's gewesen. No! Warst du bis vorne? Ja, verdient. Go! Ich hab nicht so viermal gekillt, wenn ich mich einmal. Ja, ja. Und ich hab den Bluster bekommen, fairerweise. Fairerweise? Ja, ich hab immerhin auch den Bluster bekommen, so ist nicht. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr anstrengend. Bisher war ich wirklich nicht so. Oh mein Gott. Wenn Lukas mich halt killt, ist halt auch, ne? Das ist halt die Sache. Dass Lukas aber nicht trifft. Ah! Ah! Oh mein Gott. Ah! Ah! Ah, gutes Schedule aktiviert. Oh, oh, jetzt muss ich hinten dran gehen. Das sind noch 20 Sekunden jetzt. Lukas geht hier auf alles. Oh Mann! Ja! Nein! Was? Nein, das kann nicht sein, Junge. Oh mein Gott. Ich hab noch 10 Sekunden. Ja, du campst jetzt, ey. Nee, ich mach auf ihr. Okay, ich mach nicht campen. Wo bist du denn? Junge, was? Das ist so ein Joke. Joke, was? Aber okay, GG. War aber eine gute Taktik so gesehen. Ja. Und weiter geht's, Freunde. So, Freunde. Wir haben als nächstes Lumex am Start. Moin, moin. Was geht? Was geht, Lukas? Genau. Lumex, du kannst ja auch mal hier deine Abozahl raushauen mit deinen Kanälen. Wie bist du da aktuell unterwegs? Okay, warte. Auf Hauptkanal hab ich 578.000. Na, sehr stark. Und auf Zweitkanal hab ich 118.000. Sehr heftig. Also Leute, mein nächster Gegner auf jeden Fall hier. Und Lumex, du kannst dir den Brawler aussuchen jetzt für das 1v1. Wie alle anderen auch hier. Ja, ich glaub, ich hab meinen Brawler tatsächlich. Okay, aber wir nehmen eh beide denselben, damit's fair ist. Okay, dann ich hab mich für Otis entschieden. Otis? Ah, okay, okay. Dann nehm ich auch Otis. Let's go. Ich geb mein Bestes, Junge. Ich werd dich rasieren auf Ansage, pass auf. Ja, okay, okay. Mal gucken. Also, du weißt ja, ich hab vor kurzem hier die 60.000 Pokale gepusht, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Boah, wenn ich dich hätte, wär wär schon sehr, sehr geil. Oh nein, wo bist du? Ah, komm, Lukas. Feierst du Otis oder warum hast du jetzt Otis genommen? Ja, Otis ist geil. Aber Lukas, du kriegst ein bisschen Schaden gerade, kann das sein? Äh, ja, kann gut sein. Und danke für den Stein auf jeden Fall. Freue ich mich. Dankeschön, Lukas. Aha, das ist schon mal hier ein gut vorgelegt, muss ich sagen. Natürlich. Komm, hol dir meinen Stern, Lukas. Hahaha. Okay, okay, okay. Sind wir ehrlich? Wie viel Runden hast du schon gewonnen? Ähm, boah, das verrate ich dir nicht. Das musst du dir am Ende angucken. Also, ich hab jetzt schon vor dir, ich glaub, ein oder zwei schon gemacht. Also... Ja, dann, Lukas, komm. Komm doch. Hol dir deinen Stern. Ja, ja, hallo. Du läufst die ganze Zeit so zurück. Okay, okay. Hast du Angst, Lukas? Nein, ich hab keine Angst. Oh, oh. Nicht gut. Okay. Oh mein Gott, Alter. Oh. 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 Ey, Lukas, aber... Lukas, reicht jetzt langsam, ja? Ja. Das reicht doch nicht, Max. Zack. Oh. Oh mein Gott, du hast dich großet. Oh. Alter, Jürgen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lukas. Ja. Ja. Oh. Oh. Komm schon. Oh mein Gott, jetzt läuft's auf meine Seite. Junge, noch 33 Sekunden, Junge. Ja, Lukas, traust du dich? Komm. Hm. Ey, Lukas, ey, Lukas, komm schon bitte. Lukas. Oh. Oh. Junge. Junge, jetzt läuft's um den Block rum. Nein. Oh. Bruder. Ah, nein, jetzt bin ich, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was? Let's go. Oh mein Gott, Junge. Junge. Bruder. Oh mein Gott. Junge, ey, Alter, richtig starkes Spiel. Muss ich dir lassen, ne? Hast du echt gut gemacht? Ey, Bruder, und ich hab echt lange nicht mehr gezockt, ne? Das ist grad die erste Runde wieder, die ich so richtig gezockt hab. Ey, sehr krass. Hast du richtig defensiv gespielt? Hast du echt gut gemacht, GG? Hab ich gut gespielt, sagst du? Ey, wirklich, sehr, sehr krass. Und Leute, also, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Let's go. So, Freunde, der nächste YouTuber ist hier der gute Clash Games, a.k.a. Kevin, a.k.a. I. Was geht, Kevin? Hi. Genau. Wie viele Abonnenten hast du auf deinen ganzen Kanälen? Hau mal raus. Ähm, auf dem Hauptkanal 990.000 circa. Sehr krass. Auf dem Zweikanal 112.000. Auf dem anderen Zweikanal 111.000, glaub ich. Ja. Und dann hat halt noch mein Bruder einen Kanal. Der gehört ja an sich auch mir, weil er noch keinen eigenen Kanal haben darf. Der hat, glaub ich, so 10.000. Okay. Also schon mal echt einiges. Und Kevin, du darfst jetzt auch den Brawler aussuchen für das 1v1. Ja, komm, ich habe hier gerade RT ausgewählt, der neue. Oh. Dann nimm den auch mal. Okay, okay. Dann, ja, wir wählen jetzt doch die selben Star-Pause und so weiter aus und dann let's go. Okay, Kevin. Also, ein RT 1v1. Ich bin mal sehr gespannt, wie du dich schlägst. Oh, shit. Ah, ich bin der Polizist. Du bist der Krakentyp. Genau. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich muss zugeben, in dem Brawl habe ich kaum gespielt bisher. Ich habe erst 500 Pokale aktuell. Machen wir mit? Machen wir Kills oder? Nee, nee. Nee, Sterne tatsächlich. Ah. Okay. Oh, du hast markiert. Lumex hat einfach Otis genommen, ne? Äh? Otis? Ja, habe ich auch sehr gewundert. Lol. Ich dachte, der nimmt so Gale oder Buster oder so. Mhm. Okay, Leute. Boah, ist ein Geschwitze, muss ich sagen, Kevin. Wie findest du Archie? Du musst auch noch gegen Hyra spielen, Lukas. Das finde ich cool. Ja, ja, Hyra wird auch dann dabei sein noch. Ja, hier ist meine Station, Lukas. Ach, ich weiß nicht, ob die mir jetzt so viel bringen, bin ich ja ehrlich. Ja, das weiß ich nicht. Ach so, ich finde Archie eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Ja, das ist eh nice. Finde ich auch. Was kann nochmal das Gadget kurz? Ähm. Das Gadget ist relativ useless, also das braucht man eigentlich gar nicht. Das load Gegner zwischen dir und deiner Station. Mh. Haha, Jürgen. Was ist dein Plan ja, Kevin? Ich weiß nicht, Bruder. Okay. Ich fahr jetzt einfach los. Oh mein Gott, okay. Nth. época Ich weißn nicht, ob ich zu dir kommen kann. Aha, ha, ha, ha. Ok, Kevin. Boom, boom! Ah�. Ja, okay, das war smart, das war smart Ah, shit GG, ey, aber nice ist 1v1, Leute Und wir kommen auf jeden Fall zum nächsten, let's go So, Freunde, wir sind jetzt hier als nächstes mit Hyra am Start Mit Platz 1 global im 1 gegen 1 What's up, bro? What's up, bro? What is your brawler that you want to play and also I play it? Bro, let's have a grey 1v1, I think What do you think? Okay, grey I never done a grey 1v1 before, but okay Me too, it's the first time Okay, Freunde, also wahrscheinlich das schwierigste 1v1 jetzt im heutigen Video Aber auch sehr, sehr nice, natürlich Nice costume, bro Yeah, you got this in the other color, very nice Yeah Okay Kukas, do you have this pin? Which pin? Oh, wait, I already used it Okay Oh Oh, oh, oh Is this one Oh, yeah, I got this one But I didn't I don't equip Hey, man Okay, I have to focus I have to focus Okay Oh, man Ew, I'm so bad with grey It's really bad Where are you? Oh, okay Oh Oh Okay, okay Leute, es ist richtig hart, muss ich echt sagen Also, das war aber auch, ja klar Oh, okay Mmh, okay, okay You have super now, so No way What? Make grey's crazy, bro Yeah For real Okay, Leute Ich gebe nochmal alles, aber Oh, mein Gott No Oh Skip No Yeah Okay, one kill, one kill Okay No, I don't Oh, man But Very nice GG, bro GG I tried to Not die once But Yeah Yeah, okay GG, bro GG Sehr, sehr nice, Leute Und wir kommen zum nächsten So, Freunde Wir haben als nächstes hier Max am Start Mein Moin Was geht? Genau, Leute Wir waren ja gerade noch pumpen im Gym Und dann habe ich mir gedacht Ey, als letzte Übung Fordere ich hier Max noch heraus Zum 1 gegen 1 Ich bin bereit Genau Also, ihr seht schon Max hatte gerade Ich glaube, 16 Pokal hast du am Start Ja, ja Ja, aber Ja, aber ist nicht schlimm Kannst gerne mal aussuchen Welchen Brawler wir beide nehmen Ich nehme Shelly, Junge Shelly Okay, okay Ich würde mal sagen Damit es fair ist, Leute Weil ich habe ja schon Natürlich ein bisschen mehr gespielt Nehme ich mal Mortis Also, so der schlechteste Brawler Gegen Shelly Aber ich werde mir Mühe geben Sag ich dir, okay Okay, okay Dann viel Glück Dir auch Ja Am Handy ist es übrigens leichter Weil letztes Mal hast du ja glaube ich nicht am Handy gespielt Stimmt, stimmt So eine Tastatur, ja Genau Okay, Leute Let's go Let's go Ich bin auch sehr schlecht mit dem Brawler Den ich ausgewählt habe übrigens Das ist mein schlechtester von allen Wo bist du? Okay, okay, okay So Armer, hast du ja gar keine Au Au Hey Du kannst sagen, du hast gar keine Chance Ja, ich bin ein bisschen schneller halt Aber dafür muss ich so in den Nahkampf gehen Aber du weißt schon, wie man so steuert, attackiert alles, ne? Ja, ja, also Okay Das kriege ich hin Das ist die Ult Bam Okay Ey, ich darf echt nicht so nahe kommen, warum mache ich das denn jedes Mal? Ey, bro, wenn ich einmal bei dir in der Nähe bin, kann ich mir... Kann man irgendwie so schneller abhauen oder sowas? Ähm... Was ist denn dieser grüne Booster unten? Ja, damit kannst du so zu mir Also du hast einen Brawler, du musst in den Nahkampf mit mir gehen, weißt du? Ich muss in den Nahkampf mit dir? Ne, da verliere ich doch vor dem Nahkampf Nein, 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 du musst, glaub mir Du musst so attackieren, wenn ich so nahe bei dir bin Mach mal jetzt Ich muss so auf Distanz bleiben, oder? Attackiere mal jetzt so Warte, ah, ich treffe nicht Ja, guck, dann machst du so deutsch mehr Schaden Ah Okay, okay Also je näher du bei mir bist, desto mehr Schaden machst du Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich das Aber Freunde, äh... Ich werde mich jetzt nicht killen lassen So Oh mein Gott, okay Oh, baby Oh mein Gott, okay, okay Schnell, 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 schnell Ey, bro, wenn ich jetzt nochmal verliert, bin ich die Krüste an Ja, okay Richtig und wichtig Oh, aber es steht noch 8 zu 7 für mich Ich komm zu dir Komm mal her Okay Komm mal her Au, au Ja, let's go Nein, das war es komplett Okay Das war es doch schon wieder komplett Du musst auch fairerweise sagen, wirst du euch eine Runde bisher gespielt Ja, ich bin größter Nub Ich habe auch so gar kein Aim in diesem Spiel, Alter Und genau, jetzt let's go, Leute 13 zu 7 habe ich gewonnen Aber gut, wie gesagt, ist auch ein bisschen unfair gewesen von der Erfahrung her Aber Max, GG auf jeden Fall Ja, danke dir Ja, Ehre, dass du am Start warst hier, Leute Und ich würde sagen Und Proteinshake auf dich jetzt Genau, auf meinen Nacken, Leute Let's go Okay, wir kommen jetzt zum Finale mit Mr. Wies, Freunde Alter, ich bin ultra geil Okay, Leute, natürlich nur ein kleiner Spaß Mr. Wies ist doch leider nicht dabei Das habe ich auf jeden Fall nicht hinbekommen Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen Lasst mal ein Like da Kostet uns, Abo Wir sehen uns Ciao, ciao Ciao